Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Beliebteste Babynamen 2023. Zwei neue Namen unter den Top Ten. Die angesagtesten Babynamen 2023. Frischer Wind weht in der Top Ten. Im vergangenen Jahr 2023 gab es in der Liste der beliebtesten Babynamen einige interessante Veränderungen. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes strömten zwei neue Namen in die Top Ten der populärsten männlichen und weiblichen Babynamen. Der überraschende Newcomer bei den Jungs ist der Name Matz. Bei den Mädchen hingegen war Ida das Neuling. Die beliebtesten Männernamen 2023. Die Liste der beliebtesten Männernamen 2023 wird von Emil angeführt, der den Ruf als beliebtester Name des Jahres noch vor Felix und Paul trägt. Diese gehören seit mehreren Jahren zu den Dauerbrennern und erlebten 2023 ein kleines Wiederaufleben. Sie behaupten somit ihren Platz in der erweiterten Top Ten. Die Frischlinge in der Liste der beliebtesten männlichen Namen sind Matz und Anton. Die beiden Namen haben Aufsehen erregt, indem sie den Eintritt in die Top Ten geschafft haben. Matz überraschte als Siebter auf der Liste, während Anton trotz seines Status als Dauerbrenner nur den zehnten Platz erreichte. Der Name Matz ist eine skandinavische Kurzform von Matthias und bedeutet Geschenk Gottes. Dieses Jahr hat er sich auf den siebten Platz hochgearbeitet und erfreut sich an einer wachsenden Beliebtheit unter den Eltern. Anton auf der anderen Seite bedeutet der Unbezahlbare und ist seit einiger Zeit ein gern verwendeter Name in Deutschland. Dieses Jahr hat er es endlich in die Top Ten geschafft und damit seinen Status als Favorit beibehalten. Die beliebtesten Frauennamen 2.23 Bei den weiblichen Namen erweist sich Emilia als die Königin der Herzen. Sie hält sich seit 2019 auf Platz 1 der beliebtesten Frauennamen in Deutschland. Die engen Verfolgerinnen sind Mia und Hannah, die den zweiten und dritten Platz für sich beanspruchen. Neu in dieser Riege ist Ida. Sie hat sich, ebenso wie Juna, einem Platz in der Top Ten erobert. Ida erreicht Platz 8 und Juna ist auf Platz 10. Ida und Juna die Neuzugänge. Ida ist ein altdeutscher Name und bedeutet die Fleißige. Das erklärt vielleicht, warum immer mehr Eltern sich dafür entscheiden, ihre Tochter so zu nennen. Juna, abgeleitet von Juno, der römischen Göttin der Ehe und Geburt, kann als der Jugendliche übersetzt werden. Dies unterstreicht die Dynamik und das Potenzial für Wachstum und Entwicklung und gewinnt damit die Herzen vieler Eltern. Fazit Die Liste der beliebtesten Babynamen des Jahres 2023 zeigt einen interessanten Trend. Neben den traditionellen Favoriten suchen Eltern nun auch nach einzigartigen und aussagekräftigen Namen für ihre Kinder. Sie scheinen auf der Suche nach mehr Individualität bei der Namenwahl zu sein. Es bleibt abzuwarten, ob diese neuen Favoriten in den kommenden Jahren ihren Platz in der Top Ten verteidigen können oder ob sie von frischen Trends abgelöst werden. Eines ist jedoch sicher. Die Wahl des Babynamens bleibt ein spannendes Thema und spiegelt immer die aktuellen Wünsche und Hoffnungen der Eltern unserer Zeit wider. Autor Anita Farke, Datum Dienstag, 7. Mai 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.